Gottes Schutzschild in der Wüste Die Wolkensäule Zugleich machten sie Mose bittere Vorwürfe. Gibt es etwa in Ägypten nicht genügend Gräber für uns? Warum führst du uns hierher? Wir sollen wohl hier in der Wüste sterben. Was hast du uns nur angetan? 2. Mose 14, Vers 11 Aus der Erfahrung der Israeliten beim Auszug aus Ägypten können wir eine Menge lernen. Über eine Million Menschen waren in ein Tal geführt worden, das von Bergen umgeben war, und viele von ihnen meinten, das wäre ein Irrweg. Denn vor ihnen lag das Rote Meer, und hinter ihnen kamen die Verfolger rasch näher, Pharaos Truppen. Als die Israeliten ihre Wanderung begannen, wurden sie von einer Wolkensäule geführt. Die Menschen hatten lange in einem Land gelebt, das von abergläubischen Vorstellungen geprägt war. Deshalb staunten sie über diese Wolke. Manche betrachteten sie voller Angst, während andere meinten, sie sei ein gutes Omen. Als die Menschen am Ufer des Roten Meeres Rast machten, sahen sie in der Ferne die blitzende Rüstung und die Streitwagen der ägyptischen Armee näher kommen. Panischer Schrecken erfüllte ihre Herzen. Manche schrien zum Herrn um Hilfe, doch die Mehrheit lief zu Mose und begann zu klagen und zu jammern. Mose war sehr beunruhigt, weil sein Volk so wenig Gottvertrauen zeigte, obwohl sie doch mehrfach miterlebt hatten, wie mächtig Gott zu ihren Gunsten eingegriffen hatte. Dem äußeren Anschein nach gab es keine Chance auf Rettung, falls Gott sie nicht befreite. Doch weil sie in diese Situation durch den Gehorsam gegenüber der göttlichen Führung durch die Wolkensäule gekommen waren, fürchtete Mose die Konsequenzen nicht. Seine ruhige und zuversichtliche Antwort lautete, Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Es war für Mose nicht einfach, die Scharen der Israeliten in einer Wartestellung vor dem Herrn zu halten. Da ihnen Disziplin und Selbstbeherrschung fehlten, wurden sie unvernünftig und aggressiv. Sie waren der übernatürlichen Wolkensäule gefolgt, weil sie darin ein Zeichen Gottes sahen, das ihnen befahl, voranzugehen. Doch nun fragten sie sich, ob die Wolkensäule nicht vielmehr der Vorbote eines großen Unglücks war. Hatte sie sie nicht auf die falsche Seite des Berges geführt, in eine Sackgasse? Als die Ägypter nahe herangekommen waren und meinten, leichte Beute zu machen, schwebte die Wolke plötzlich majestätisch nach oben, zog über die Israeliten hinweg und ließ sich zwischen ihnen und dem ägyptischen Heer nieder. Eine finstere Mauer hatte sich zwischen die Verfolgten und ihre Verfolger geschoben. Die Ägypter konnten das Lager der Hebräer nicht mehr sehen und wurden zum Anhalten gezwungen. Als es Nacht wurde, begann die Wolkenmauer auf der Seite der Hebräer wie ein Flutlicht zu strahlen, sodass das hebräische Lager taghell erleuchtet wurde. Gerade das, was die Leute vorher in Angst und Schrecken versetzt hatte, erwies sich nun als ihr Schutz. Untertitelung des ZDF, 2020